So, da sind wir wieder. Ich habe auch noch was vor Hause gemacht, mal kurz erholt, war auf Chloe gewesen. Nein, scheiße, natürlich nicht. Und da zocken wir jetzt weiter. Gut so, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Okay. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da fasse ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drehen. Wir sind gut. Da kommt Lichter, Junge. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich! Der Boss soll es also sein! Wo solltest du sonst hin wollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Also, gib mir meine Magazine, Scheiße. Schau wieder. Hallo. Da läuft dein Geld davon! Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Hier. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Ich bin mir da auch erst mal in die Hand. Ich bin mir da auch erst mal in die Hand. Alter. Wo soll ich jetzt hin? Komm, sag mal, ich nichts hier dran. Schauer. Hier ist alles glücklich. Komm, so. Gib mir meine Magazine. Ich werde ich geresteterme. die mitte durch kämpfen durchschleichen die uhrzeit stimmt ja ungefähr auf meine antwort mit einem armband oder genau das sind die zeit so ungefähr doch wie auch weiter also gib mir meine magazine Oh ja, eine Scheidung darf ich jetzt die Idee. Scheiße, lol. Alter, toll. Oha, oha. Woah, 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 woah. Alter, das ist der kassiv. Ne, wir sind safe, jünger Mensch. So, müssen wir den Arcai öffnen, was ist der hier? Geht den Verlänger den Lauf drauf, gell? Da regnet alles. Kommt, wo kommt er? Kopftreffer. Wofür nehmen wir den Arcai? Zuck, zack, zick, zack, alle, ja, an, ähm, Munition. Quatsch. Und ich dachte wirklich, der entscheidende Fall drauf, der Revolver, ey. Oh, immer scheppert da so Leute los. Oh nein. Oh, ein Medikett. So. Hallo. Hey, hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt haben? Alarm! Der Feind ist hier! Kopf drüber! Oh, Alter. Wenn ich den Gas machst, hätte er so kaputt, wenn sie mir eine Waffe anhitten. Ich sehe gerade hier unten, an der rechts in den Ecken. Hier. wir haben hier die granate warte mal kurz nachgucken option steuerung maus nee waffen schießen zielen nachlanden nachkampf waffen inventar keine ahnung k k k k k k jetzt einordnen dort mit der Seite steht das an die Zeit so ein slow motion keine Ahnung komm her witz 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 da rum ah ah nee ja uh sieht mir fissig da aus witzbold wo die Käfernarbe geime Waffe Schöner Shotgun Bauf Junge lecker Bauf da rum gehts immer weiter da findet man eine schöne seltene Waffen so wie die innen da die Gände weggeworfen haben die Luftwaffe ah die fand ich jetzt ohne an zu prickelnd hier nach oben zugeschlossen die 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 Das schießt ich dann bloß. Man kann ja doch mit... Man kann ja doch mit Dingshocken. Nur mit Tastatur. Ich weiß ja nicht, wie es C dann geht, aber sei ja. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert mit den Granaten. Versteht ich nicht. Falls ihr da wisst, wie es geht, schlepp mal bitte unten an den Ritten in Sachen der... Naja. Warte, das entfällt mir nicht gerade, weil ich gerade sagen wollte. Das soll ja auch wieder hier funktioniert und alles. Kann man doch gerade mal zu jedem Monitor geguckt. Ähm. Ich schätze, wir müssen da lang gehen. Wen hast du nur... Da dachte ich mir. Ähm, dafür würde ich sagen, rechstet hier hoch. Ich sehe gerade das nur für 20 Minuten hier. Ähm. Und würde sagen, ne. Wie sehen wir uns dann, was hinter der Tür schied in der nächsten Folge? Würde sagen, bis dahin... Hau da rin. Würde sagen, bis dahin... Hau da rin. Hau da rin. Hau da rin. Vielen Dank.